Was heißt zufrieden? Wir wollen ja natürlich, unser Ziel war ja erstes sein in der Gruppe, jetzt sind wir zweiter. Das ist ja halt so. Dafür haben wir ja einfach nur 100 Schied gespielt gegen Deutschland in einem Schwerspiel, wo wir auch verlieren konnten. Also was heißt zufrieden? Jetzt sind wir da, wo das Turnier richtig losgeht und ich finde, dass wir langsam unser Niveau finden und das müssen wir auch gegen Isla machen. Das Schwerste wäre. Das sind zwei Mannschaften, die sich sehr gut kennen und da müssen wir auf den Tag eine richtig gute Leistung schaffen, zu prestieren und lassen wir schauen. Das ist eigentlich egal, wann wer wem trifft. Wir fokussieren jetzt auf unsere eigene Leistung und ob wir Island trifft oder Spanien oder Deutschland oder wer das ist, ist uns eigentlich egal. Es geht um uns selbst.